Sommer, Sonne, Musik, unterwegs sein, Leute treffen. Das sind vermutlich die ersten Bilder, die ihr im Kopf habt, wenn ihr an 48 Stunden denkt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wir funktionieren tatsächlich anders als die normalen kommerziellen Musikfestivals. Denn wir kommen aus der Soziokultur. Das heißt, wir bringen über Musik und Kultur ganz viele sehr, sehr verschiedene Menschen zusammen und initiieren so Begegnungen in diesem super diversen Stadtteil. Um so den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Möglichkeiten zur Mitgestaltung zu schaffen. Und dafür sehen wir nach zwei Jahren Pandemie einen größeren Bedarf als je zuvor. Weil während dieser Zeit bestehende Strukturen und Netzwerke geschwächt oder sogar verloren gegangen sind. Das wollen wir ändern. Aber es gibt ein Problem. Natürlich kostet es viel Geld, so ein großes, dezentrales Festival zu organisieren und durchzuführen. Weil wir kein kommerzielles Festival sind, sondern ein soziales Projekt, finanzieren wir uns vor allem aus Fördergeldern, Sponsoring und Spenden, die immer wieder neu eingeworben werden müssen. Versteht uns nicht falsch. Wir sind unendlich dankbar für jede einzelne Förderung und jedes einzelne Sponsoring. Aber irgendwie beißt sich die Katze da auch in den Schwanz, wenn wir Geld für unsere Arbeit brauchen. Aber ein großer Teil genau dieser Arbeit darin besteht, Geld aufzutreiben. Deswegen haben wir die Kampagne gerade jetzt gestartet, die sich an EntscheiderInnen wendet und klar machen soll, wie wichtig gerade jetzt die Stärkung unserer gesellschaftlichen Arbeit ist. Wir erreichen nicht alle, die wir gerne erreichen möchten und brauchen mehr Ressourcen, um dafür neue Wege zu denken und zu gehen. Mit mehr Geld könnten wir ganzjährig mehr Veranstaltungen durchführen, auf denen noch mehr und noch andere Menschen sich begegnen. Wir könnten weniger Zeit am Schreibtisch über Anträgen verbringen und dafür mehr Zeit mit echter Netzwerkarbeit. Und wir könnten neue Formate entwickeln, die auf die konkreten Bedürfnisse der Nachbarschaft eingehen. Deswegen, supporte uns und unsere Arbeit. Oder bring dich ein und werde Teil unseres Netzwerks. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen.